Hallo Leute, willkommen zurück. Wir machen mal weiter mit den Schalrollen, mit der Schalrollenschikane. Ich bin mal gespannt, was das ist. Frag mich nicht immer, ob ich mit Trickansteckern spielen möchte. Ich möchte es nicht. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, was geht bei dir? Okay, ich hoffe, das Level wird ein bisschen besser, wie das Spielzeuglevel. Das hat mich nämlich ganz schön abgefuckt. Kann ich das auch? Ich kann das auch. Aber ich kann sogar essen. Achso, das geht wieder nicht. Na toll. Moment. Hopps. Komm her. Was ist da drin? Es ist doch bestimmt was. Wolle! Ah, besser. Wolle, ich hätte besser aufpassen sollen. Guck mal die ganze Wolle her. Ein Lucky Two. Okay. Schade. Hier. Boom! Hehehehe. Ich hasse Lucky Two's, ne? Du hasst Lucky Two's nicht. Es gibt keinen, der Lucky Two's nicht hasst. Boah, wolltest du mich aufspießen, du Penis? Was passiert jetzt? Ah, ist hier was? Hey, ich wollte den gar nicht abknallen eigentlich. Wo ist Lucky Two? Nein. Puh! So. Der drückt sich schon mal nicht im Weg. Was ist hier um? Nix oder was? Ist ja unheimlich. Aber hier ist was. Oh, ich möchte doch, dass da was ist. Ja, okay. Na, ich sei halt langweilig spielen, oder? Hier, bam, bam! What? Achso, die sind ja im Mund. Ich vergaß es. Tut mir leid. Am Leben. Äh, 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 ob er mir Lucky Two da unten nicht so gut ziehe hat, der sucht er ja eben, muss ich jetzt sagen. Komm her! Yeah! Gibt's da noch weiter? Ist da noch irgendwas? Nein, ich verfeld' nicht. Das wäre recht gemein. Hm, Lucky Two schlitten sehr gut. Äh, okay. So. Ah, no! Nein! Bitte lass da drüben was sein, bitte lass da drüben was sein, bitte lass da drüben was sein, bitte, bitte, bitte. Ja, der Checkpoint ist da nicht umsonst. Ich hab's kapiert. Ist okay. Komm her. Oh, schau dir. Ah! Komm her. Komm her. Jetzt hat es die Frage, was weitergeht. Geht's hier weiter? Uh. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Puh. Was geht mit dir? Du hattest keinen Bock am Kopf aufgehängt zu werden, oder? Stehe ich irgendwie. Aber Moment, da oben ist doch noch was. Da muss man doch noch weiter lassen. Ah! Komm zurück. Komm mal hier rein, nein. Aber hier. Neben da sind ich noch nicht dumme. Die hoffentlich zweite Jahrzehnte. Dankeschön. Hier kann man auch nicht rein, okay. Hier. Okay, aber wir müssen weiter tun. Was bist du für ein kleines Schweinchen? Hm. 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 Oh mein Gott. Jetzt hätte ich mich beinahe hier... macht es nicht keine chance auch toll ist ja nett von wo ist denn die nächste wolle na gut wir haben auch erst zwei aber mit eiern kann ich aber nicht werfen das ist jetzt die dritte blume das ist nicht gut und zum teufel ist jetzt weiter wir haben keine wolle übersehen aber ich vermute es was ich habe ich noch nicht war ja klar wirft er dahin wo ich mann der sagt auf alle fälle doch ich habe mich keine was besser muss ich liebe das ist schon wieder das ist nicht gut die vierte schon warum ja komm ich kann auch eine ja ich habe trotzdem aber aber ich weiß ich schiebe ich doch wo führst du mich oh gott ich muss ich euch alle töten oder wie sieht es hier aus zwei leben noch doch und da wäre da die letzte blume du willst mit ernsthaft sagen dass wir kann nicht sein dass wir vier wollen übersehen haben vielleicht kommen die auch jetzt da ist einer jetzt bin ich gespannt welches welche nummer das ist zwei übersehen gleich zwei hintereinander das hat mein gott ist das gemein die bewegen sich hier auch ob du dich schon mal geschehen scheiß jetzt ist der runtergefallen wahrscheinlich war genau da was drin das hier war jetzt natürlich nicht schwer zu finden kacke es geht weiter und zieler einstimmen einer nicht oder bin ich jetzt auch gott hier hinten wieder warum das denn bleiben ganz cool was zum teufel ist ich dir gesagt dass du mir witteln darfst das leben schminkt zu kippen schminkt zu kippen aber wenn wir nur einen stempel übersehen haben dann ähm können die volldinger nicht großartig versteckt sein eigentlich eigentlich wenn uns nur eine wort wenn uns nur eine ungefähr doch muss ich schon gott sagen ja zwar ob sie vier 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 Oh jetzt noch mal die dritte die vierte sogar es ist mir dasselbe wieder untergefallen das ist wahrscheinlich genau der wo die wo der steppel drin ist da würde ich ja meine arscht aufhören jetzt bitte nicht noch mal runterfallen er ist das spiel ist mir jetzt auch nichts wir haben nicht alles gefunden ist doch kacke bonus spiel war super ich freue mich so wenigst ein stempel und zweimal wolle okay das ist neu habe ich einfach schon von vornherein verkauft so und so und einmal will ich noch schade das war genau der ansprung jetzt der gefehlt hat weil ich es am anfang verkackt habe genau der war's gut dann gehe ich da jetzt gleich noch mal rein und guck mal wo das ganze zeug ist festung muss jetzt leider noch ein bisschen warten also ein stempel und die mittel und die zweite die dritte wolle fehlt es kann doch nicht so schwer sein so jetzt sind wir mittlerweile schon bei der zweiten blume also irgendwo hier muss doch jetzt hier ist schon mal was und da ist auch der letzte stempel und das ist auch die zweite wurde das ist doch schön das ist doch schön dann fehlt jetzt nur noch eine seit ihr zwei da haben wir den gefunden gehabt so haben wir nicht da wäre dann die dritte somit haben wir eigentlich schon alles gefunden was wir brauchen ja wir haben alles das darf ich nur wieder nicht mit dem leben verkaufen das wird bestimmt schwieriger als da ist noch mal leben drin das brauche ich auch nicht das war klar ich glaube nicht dass noch leben kommt das war doch klar ich hab mal wer da ist ein schal joshi cool sieht so ein bisschen aus wie das bonbon joshi mit anderen farben oder war der bonbon joshi nicht blau lila oder irgendwie so was wir sind hier unser eben groß im bindelsport montys blubber festung aha monti will sich also rächen und ein blubber festung das klingt nach online das klingt nach online das klingt nach online weil ich bin so gut hey ich bin der wahnsinn das ist der oberknolle hey und ich scheiße das ist jetzt geht keiner so gut hin wie ich ja ich hoffe es hat euch gefallen ja wenn es euch gefallen hat dann lasst es bitte ein like da wenn es lust habt und wenn es noch mehr lust habt dann könnt es auch beim nächsten mal wieder einschalten geh also bis dann servus abonni das